Ein Sport T-Shirt, das, wie der Name schon sagt, ein Trainingsjersey ist, was vor allem fürs Training gedacht ist. Genauso gut kann man das Trainingsjersey jedoch auch zum Trainingsanzug tragen oder halt zur allgemeinen Vereinsbekleidung. Highlights beim Trainingsjersey ist ganz klar die Schnittform, das heißt es ist ein sportives Polo, was eher sportlich auch geschnitten ist, seitlich eher etwas enger sitzt, wie bei einem normalen Polo und die Arme sind etwas kürzer geschnitten. Zudem, Haupteigenschaft beim Trainingsjersey, es ist ein Polyester T-Shirt und zwar ein Polyester T-Shirt aus Klima-Cool Material. Das Klima-Cool Material ist mit der RDZero Technik besonders leicht und darüber hinaus sehr atmungsaktiv. Klima-Cool wird unter anderem für funktionelle Trikots wie das Deutschland-Trikot eingesetzt und in Jersey kommt zudem eine hohe Ventilation zum Einsatz. Das heißt, es wird nicht nur die Feuchtigkeit nach außen transportiert, sondern es kommen auch Zonen zum Einsatz, die strategisch platziert sind und die auch im oberen Bereich mit kleineren Mesh-Zonen dafür da sind, um die Ventilation noch zusätzlich zu verstärken. Beim Design kommt das Jersey ganz im Design der Tiro-Linie. Das heißt, wir haben wieder das Drei-Streifen-Design, wir haben dieses leicht geprägte im oberen Bereich und wir haben selbstverständlich die Faden der Tiro-Linie, die auch beim Jersey wieder zum Einsatz kommen. Im Brustbereich haben wir ein gesticktes Adidas-Logo, Performance-Design natürlich und der Rückenbereich ist wie immer komplett frei gehalten. Frei auch deswegen, damit die Vereine unter euch einen Vereinsnamen oder ein Sponsoren-Logo anbringen können und das Jersey somit komplett auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen kann. Bei dem Trainings-Jersey der Tiro-Linie handelt es sich um einen Sportartikel, der unter anderem auch im Profibereich eingesetzt wird. Das heißt, mit der Kombination Klima-Cool und der Adidasiro-Technik ist es ein wirklich funktionelles Material, das auch von Profimannschaften im Bereich Bundesliga und Champions League-Clubs verwendet wird fürs Training. Ganz klar, ihr erhaltet das Jersey nicht nur in dieser roten Farbkombination, sondern auch in anderen Farben und in anderen Größen. Bis zum nächsten Mal.